so noch mal es war das ganze hier ein bisschen professioneller ja kicken knackt das schloss aber gehen auch nicht rein ja personen läuft langsam zu euch aber du kannst packen ja das ist das geht voll noch klar aber da kommt noch eine da kommt sogar zwei andere so eine okay und jetzt geh am besten hinter der wand oder so weil die könnte ich erzählen die meine ich hier kommt noch einer das ist so wieder auf die zirn scheiß zivilisten die daune schlampe alles easy jungs hier okay achtung ich gehe da jetzt rein und macht den platte okay kameras sind ausgeschaltet wollt ihr die hier noch ein tüten oder ja am besten oder kommt weil vielleicht gehen hier auch die müllkotten auf kann ich so nicht machen das gilt gehabt ja aber ich habe es eigentlich macht deswegen das muss komplett geskilled sein das kann man das ist war so jetzt sehen die aber eigentlich beloben danke schon ja was auf wegen wache und so von vornherein ach du bist ja natürlich praktisch also zwei wochen unten auf achtung pass auf das sachen die andere person steht hier vorne am fenster pgm kannst du jetzt raus ja töte die töte die wache gut er geht nicht hoch jetzt kommt er hoch okay warte lasst du erst lasst den erst um die ecke gehen geht um die ecke so ich sollte jetzt eigentlich auch vier pager beantworten können ja kann ich auch ich auch zu so dann sag ich den auch mal ein wie viele wachen sie ist da ist es nur eine eine wache hier unten geht vom wachraum vorm wachraum ja nicht an die fenster front gehen ja das ist wache geht jetzt auf die andere seite könnte jetzt auch sein er kommt die treppe hoch doch nein er steht jetzt also so am treppenende da ist der bohrer nichts mit den leichen du dass die leichen ruhe du leichen gender was ist jetzt hier passiert das raff ich nicht keine ahnung ich kümmer mich gleich draußen drum hatte ich beantworte den pager legt die leute still ok der draußen hat bis jetzt nur ein fragezeichen gehabt jetzt hier los scheiße und wieder diese freaks das ist ja auch wieder ne overgarni sehr hoch egal wir machen das jetzt ja definitiv ja problem ist wenn man stellt machen will dann hat man jetzt auch nicht gerade die brüstung an leider immer so ein bisschen und ich habe mich eher warum wir jetzt aufgefallen sind ja da hat glaube ich den zivilisten eine leiche gesehen hat vielleicht was mit zu tun ja nein nee ich glaube ich glaube du hast der irgendwie die irgendwann da gedulden kann das ist unmöglich wir müssen die denn jetzt alles zerschießen das interessante ist die person quartier tötet worden das kunnt garue gesehen werden eigentlich was ne passt schon bekam so dass der ist da der ist da gibt es ja noch an nur einer ich nehme machen den bohrer an dafür interessieren und schieß mal ein bisschen von hier oben stimmt ja ich habe ja was geholt mal haben wir stolperminen dabei dass mich hier nicht einfach diesmal abschlachten dafür wäre ich auch frag mich woher die schüsse kommen von unten ich bin aber oben und die kommen irgendwie aus dem nichts kommen außer band raus vielleicht auch wieder die stealth leute und die können sich ja nicht um unsichtbar machen oder also ich nicht aber wir haben schon bulldozer die können auch die wand hier hochklettern habt ihr muni nun habe ich diesmal nicht mitgenommen ja ich wollte aber verschießt alles wenn du noch zwei oder so voll hast dann nutzt die okay also muss jetzt nicht aber wer halt gut damit ne hat eine stolpermine gebaut hier und ein bild reingelaufen nein wo wo bulldozer ja bleibe kaputt ich nehme mal einen muni jetzt sitzt dieser vollidiot vor mir und ich schieße auf den bulldozer erstaunen bild ich bin mal gleich gespannt wo der gleich der fahrer herkommt wo bulldozer down er war das wo gibt es nun hier bei mir den taschen soll mir klar wofür habe ich schon mal obwohl sind ja wo steht denn der wer der fahrer nirgends hat er ist noch gar nicht da war es kommt gleich muss sogar die das hätte ich jetzt auch nicht gescheckt dass man den alarm von den vitrinen ausschalten muss die scheiß vitrinen haben alarm das hätte ich jetzt gar nicht gescheckt da hätten wir schon alarm ausgelöst schön in die falle gesprungen hier die kommen aus der lüftung lüftung diese freaks hatte da ist noch ein ding welt will ich jetzt auch noch kriegen oh 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 fuck so haben wir noch ne 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 ja das einfach aussieht die ganzen taschen aber ist da und links irgendwo und wenn jetzt noch so ein croaker kommt dann sage ich euch dann ist vorbei wenn man dieses komische update wieder deinstallieren geschafft also wenn das jetzt mal nicht guten tages also nicht gibt dann nicht nicht wenigstens ein bisschen erfahrung ein material Taktical Foregrip So, was machen wir? 4 Läden gibts Juwelier 4 Läden ist eigentlich voll geil Wir können auch 4 Läden machen Auf jeden Fall nicht nochmal Juwelier, oder? Also ist mir egal Dann mach mal 4 Läden Und dann hört ihr erstmal auf Ja und irgendwas anderes, was wir noch nicht hatten oder so Oder von mir ist auch wieder ne Bank Wo haben wir eigentlich? Äh, 22.10 was grade Oh Anderen Schwierigkeitsgrad gab's grad nicht 4 Läden Ist doch dein Level-Tour, oder? Ja, klar Standard Läuft bei dir